Ich bin Julia und das ist Christine und zusammen machen wir Hollerbeck Berlin, eine Aktion gegen Street Harassment, alltägliche Belästigung und Gewalt gegen Frauen in öffentlichen Räumen. Und wir sind hier und nächstes Jahr auch am 14. Februar dabei, weil wir ein Zeichen setzen wollen gegen Gewalt gegen Frauen, nicht nur häusliche Gewalt, sondern auch die alltägliche Gewalt, alltägliche Belästigung, das was es uns unmöglich macht, öffentliche Räume in Ruhe unter uns und ohne Angst, ohne Gewalt erleben zu müssen oder zumindest die Möglichkeit besteht, dass uns etwas angetan wird, dass wir beschimpft, begrapscht, begafft oder sonst was werden, nutzen zu können und deshalb stehen wir auf.